Willkommen im Rangierbahnhof Aschaffenburg. Ja, ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Trains in World 4 mit der BER 204, genau, 012-4. Wir steigen gleich ein. Heute mal kein Thema vorbereitet, weil aktuell ist bei mir Chaos und wenn Chaos ist, dann habe ich keinen Kopf und da möchte ich mir heute einfach wirklich ein paar schöne Szenarien aufnehmen, ohne gross irgendwie auf Ablauf zu achten, auf was inhaltlich, was so ist. Heute möchte ich einfach nur ein klein wenig geniessen, ein wenig Rangier fahren und dann bin ich happy. Ja, in der Zwischenzeit war, wenn die Folge kommt, mein Geburtsdar. Ja, ja. Der junge Herr, der ich bin, wurde jetzt sieben Jahre alt. Jetzt denkt ihr alle, also für sieben Jahre, da hast du ziemlich tiefe Stimme und spielst Spiele, die nicht gerade für siebenjährige geeignet sind, ist auch kein Wunder, denn ich habe im Schaltjahr Geburtstag, das heisst, mein nächster Geburtstag ist dann 2028 wieder. Also vier Jahre, nichts mehr mit Geburtstag, sondern erst wieder in vier Jahren und ja, ich bin das glückliche Glückskind, das im Schaltjahr geboren ist, ein wenig fies gesagt in der Familie. Meine Mutter hat mir früher immer gesagt, ich durfte auch nicht früher oder später kommen, denn der einzige Tag, wo der Arzt im Spital war, war der 29. Februar. Ja, hurra, wer kam dann pünktlich am 29. Februar auf die Welt? Dieser Müsse. Zwar, wenn ich es richtig im Kopf habe, eine Woche zu früh, eine Woche zu früh war ich, meinte ich, oder zu spät. Ich bin mir nicht mehr sicher, müsst ihr mal meine Mutter nochmals fragen. Also, wenn wir heute aufnehmen, dann ist das mit... Jetzt muss ich mal kurz draussen schauen. Ja, das hat ein wenig zu sehr gerumst. Einfach nur anwenden. Dann steigen wir raus. Wir machen richtiger Rangierdienst. Kuppeln an... Ja, wo ist sie? Ja. Einmal angekoppelt. Türe wieder zu. Dann den raus. Abschliessen. Rang. Dann lösen wir mal das Ganze und dann müssen wir anfahren. Ja, dieses Geburtstagskind. Jetzt müssen wir ein wenig Gas geben, weil wir sind da in einer minimalsten Steigung am Anfahren. Aber das bewerkstelligen wir doch mit links. Ja, 29. Februar, da hast du immer gut, wenn du den Erstgeborenen bist in der Familie, dann bist du auf Lebenszeit der Älteste und Jüngste. Ja, nicht ganz auf Lebenszeit, aber auf jeden Fall eigentlich, auf jeden Fall bist du immer der Älteste und der Jüngste zu gleichen Teilen. Was schon irgendwie nice ist, weil wenn du dann mit dem Argument kommst, ja, ich habe aber nur so und so Geburtstag. Ah, das ist dann herrlich, wenn man dann seinen Bruder auf die Palme bringen kann. Ich weiss, es ist fies, aber ihr wisst ja, Bruderliebe oder Geschwisterliebe allgemein, das ist etwas, was man, das ist etwas Besonderes. Ich glaube, es ist nur noch besonderer, ist es zwischen Zwillingen, Drillingen, da ist, glaube ich, die Bindung noch viel, viel stärker zu normalen Geschwistern. Gut, jetzt müssen wir ein wenig vorsichtig sein, denn wir haben doch ein wenig Gewicht am Haken. Und jetzt hat es gedruckt. Rückwärts. Bremse gerösst, jetzt soll es wieder gehen. Kann ich eigentlich so? Ja, ich kann so. Dann kann ich vielleicht noch sehen, wo wir hinfahren. Keine Ahnung, wo das ist. Einmal Gang raus. Und übrigens, Geburtstag ist dann von der Aufnahme her, dass ihr so einen ungefähren Zeitrahmen habt, wo ich das aufnehme, morgen. Also ich nehme einen Tag vor meinem Geburtstag hier noch fleissig auf. An meinem Geburtstag, da ist tote Hose, da mache ich gar nichts, ausser wenn ich Bock habe spontan einen Stream, aber das weiss ich nicht. Aber so im Normalfall ist bei mir mein Geburtstag, da arbeite ich nicht, da mache ich nichts, da ist höchstens Essen gehen, Kuchen essen, sich ein wenig feiern lassen, auch wenn ich das selten mache. Jetzt weiss ich gar nicht wohin wir fahren, jetzt gehe ich doch mal raus, dass wir ein bisschen Überblick haben, wohin wir fahren. Also ich will sehen, wohin das Ganze geht. Ein wenig möchte ich auch mal sehen, wohin das geht, weil Rückwärtsfahrt blinkt, weil du hast ja keinen Rangiermeister hier hinten auf einem Steg, der dich anweist, sondern da fährst du ja wirklich eigentlich blind. Ah, einfach hier, okay, bis dahin fahren, das ist ja kein Problem. Einmal dann Güterwagen abliefern. Uh, ein gemischter Zug. Auch sehr schön. Äh, 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 äh. Okay. Über Aschaffenburg Südbahnsteig 2. Dann schauen wir mal, ob wir freie Fahrt haben. Bis jetzt sehe ich noch rot, aber wir haben grün. Das heisst, wir können da mal ein wenig Stufe geben. So, Fenster wieder zu. Aber sehr schön, dass es so Kombizüge gibt. Zwar ein wenig seltsam, aber das kann es durchaus geben. Ist halt nur ungewohnt, so etwas zu sehen. Raylino DB Logistik. Gut, jetzt da vorne kommt ein 60. Und dann schauen wir mal, wo der Hafen ist. Weil bei Aschaffenburg kenne ich mich überhaupt nicht aus. Jetzt wieder Vollleistung. Und dann schauen wir mal, dass wir da auch wirklich damit gemütlich 90 unsere Fahrt bestreiten können. Die Oberleitung ist weg. Die 90 haben wir gesehen. Und die Blätter fliegen gerade noch durchs Fenster, das heisst. Entweder fehlt da das Fenster oder sonst irgendwas. Vielleicht sind das ja Hologramme. Noch Licht an. Dann sehen wir etwas noch vom Führerstand. Ja, wir fahren ja da ganz gemütlich. Da kommen schon die ersten Haltestellen. Einfach schön vorbeifahren. Ist aber noch eine ziemlich gemütliche Lokomotive jetzt. Ich reduziere mal, wenn es da auf 40 runter geht. Jetzt sind wir da noch ein wenig zu schnell, ja. Aber das soll noch passen. Wo ist das Signal? Das muss irgendwo hier vorne sein. Jetzt ist es grün geworden. Dann können wir ja weiterfahren. Güterwagen sind noch dran. Das ist ein Vorteil. Haben wir vielleicht eine S-Bahn vor uns? Das kann natürlich sein. Wenn hier Stationen sind, kann natürlich auch Regioverkehr noch sein. oder S-Bahn. Oder welche Art von Personennahverkehr auch immer. Aber sehr hübsch gemacht hier. Gefällt mir gut. Gefällt mir gut. Gefällt mir gut. Gefällt mir gut. Ein leichtes Gefälle. Ich lege schon mal die Bremsen ein klein wenig an. dass das Gewicht, wo wir dann jetzt auf die Puffer kriegen, auch schon ein wenig abgebremst wird. Okay. H für Halt. Oder wie? Ich kenne mich mit Deutschen, ich kenne mich allgemein mit Signal nicht aus. Da könnte man mir alles sagen. H hätte ich jetzt für Halt, weniger für Hafen, eher für Halt genommen. Dort vorne wird wieder die Linie zusammengeführt, wenn ich es richtig sehe. Jetzt wieder ein klitzeklein an wenig. Und dann den Ruck, den wir spüren hier. Das ist der Kollege, wenn das Gewicht der Wagen auf die Puffer trifft. Bei Güterwagen zurrt man nicht ganz fest, sondern immer leicht lose. Das hat den Grund, den Vorteil, dass jeder einzelne Wagen beim Stillstand angezogen wird. Müsste eine Lok, den ganzen Güterzug auf einmal von Stillstand in Bewegung versetzen, bräuchte das eine Unmenge an Energie und Kraft und auch ein entsprechendes Gewicht der Lokomotive. Und um beides zu reduzieren, kuppelt man sie leicht lose. Und dann wird der erste Wagen angefahren, dann der zweite, der dritte und so über den ganzen Zug hindurch. Und dann braucht man weniger Energie und Kraft von der Lokomotive für einen schweren Güterzug. Und außerdem hat es auch noch zum Teil Vorteile bei Radien, dass die Kräfte nicht auf die Puffer gewirkt wird. Und dann, wenn ihr mal bei der Modellbahn eine Lok und sämtliche Wagen, die ihr habt, also wenn ihr 200-300 Stück habt, einfach mal alle aneinander kuppeln, dann die Lok ziehen lassen und ihr werdet merken, die Wagen, die kippen dann in den Radius rein, bis sie dann aus den Schienen springen. Und das kann man auch noch minimal ein wenig reduzieren. Aber es gibt natürlich ganz klare Vorgaben, wie viel, wo und was gezogen werden kann, mit wie vielen Achsen, mit wie vielen Kupplungen. Da gibt es ja, glaube ich, Handbücher voll von theoretischen Möglichkeiten. Ich habe irgendwas mal bei meinem Vater stehen sehen. Er ist auch Eisenbahnliebhaber und hat seinerzeit die Ausbildung bei der SBB als Bahnhofsvorstand gemacht. Und ich meinte mich zu erinnern, dass dort er auch einen Teil Rangiertheorie hatte. Oder selbst sogar noch ein paar Rangierunterrichtungen. Ich weiss nicht, ich müsste nochmals nachfragen. Aber Bahnhofsvorstand, das war auf jeden Fall. Und da lernst du natürlich auch viele Abfolgen, weil du bist ja ziemlich verantwortlich für vieles als Bahnhofsvorstand. Nämlich über ganze Bahnhöfe. Heute wird das ja alles digital in Kontrollzentren gemacht, zumindest in der Schweiz. Und da gibt es andere Länder, die haben manchmal sogar noch mechanische Stellwerke. Gibt es zwar in der Schweiz auch, aber das sind dann mehr so museale Abschnitte oder explizite Firmen-Eigentum, die nur die Hauptweiche an das grosse Netz angeschlossen ist und der Rest auf dem Betriebswerk wird entweder im Betrieb selbst gestellt oder per Funk vom Rangierer oder von Hand. Das kenne ich aus der Schweiz. Es gibt natürlich noch viele andere, aber die sind in der Schweiz nicht mehr vorhanden. Und wenn, dann nur noch im Museumsbetrieb. Wagen noch dran, Wagen sind noch dran. Man kann es ganz gemütlich nehmen. Geht leicht bergab, also müssen wir keine Geschwindigkeit geben, sondern müssen nur immer mal wieder ein wenig Bremsleistung geben. Und dann sind wir ja auch schon bald unten. So, minimale Bremskraft. Und dann bremst es eigentlich schon genug stark, dass wir wieder auf die optimale Geschwindigkeit kommen. Einmal Hornen für den Bahnübergang. So, noch knapp einen Kilometer, dann sind wir schon am Hafen, beziehungsweise an unserem Gleis beim Hafen. Einmal schön unten durch. Oh ja, da sehe ich schon mein Gleis. Und das ist ein Hafen. Also ich hätte es mir mehr als Hafen vorgestellt. Oder vielleicht ist das das Gleisvorfeld, wo die Güterzüge ankommen können. Und dann werden die in kleine Portionen geschnitten, also in Anführungszeichen geschnitten. Und dann zu den entsprechenden Verladestationen am Hafen gebracht. Das könnte natürlich wiederum sein. Jetzt mal abbremsen. Noch 50 Meter. Dann haben wir es schon geschafft. Und anhalten. Ja, das ist jetzt. Gut. Abkuppeln. Können wir machen. Dann steige ich wieder ein. Und dann fahren wir auch schon zur nächsten Station, dort wo wir anhalten müssen. Und dann sehen wir mal, was wir mitnehmen oder nicht. Es gibt wenigstens ein paar Möglichkeiten. Aber welche das sind, das weiss ich noch nicht. Mal wie weiß, den ist wegstiert. Da tun die centigrade. empleatcardverlässchen werden, die entsprechend verfügbar ist. Also da es war. Wenn die Alicia ganz Zeitung tickt. Soah egal, was wir tun lapse in unsere Welt. Tim und sie zwei Uhrskraphone. tips am Transformers. Ich hoffe, man war das Ding. gibts ein Gaumen nach. Und da wir aufuestos Fail auf balance known. Mal ein wenig abbremsen, ein wenig stark abbremsen, hat doch gek- also das geht schneller fertig als man denkt. Gut, wenn es euch gefallen hat, gerne Abo und Däumchen, dann mache ich kurz Abmoderation, wenn es so kurz ist, und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es nicht, gerne einen Kommentar, bis dann, habt eine schöne Zeit, ein tolles Wochenende, Tschüssi!